Uschi Glas, eine berühmte deutsche Schauspielerin, ist für ihr strahlendes Aussehen und ihre erfolgreiche Karriere bekannt. Doch hinter ihrer Bühnenaura und ihrem Lächeln verbirgt sich die Traurigkeit und die Herausforderungen, die sie ihr ganzes Leben lang ertragen musste. Uschi wurde am 2. März 1944 in Landau, Deutschland, geboren und zog in den 60er und 70er Jahren mit ihrem Charme und ihrem schauspielerischen Talent tausende Millionen Zuschauer an. Allerdings wissen nur wenige, dass Uschis Leben auch voller Ereignisse und tiefer Traurigkeit ist, die sie oft zu verbergen versucht. Eine der großen Trauer, mit der Uschi zu kämpfen hatte, war das Scheitern seiner persönlichen Beziehungen. Ihr Eheleben erlebte viele Stürme und obwohl sie versuchte, die Familie zu retten, musste sie dennoch viele Zeiten des Leids und der Trennung durchmachen. Das Scheitern ihrer Ehe hinterließ bleibende Wunden in ihrem Herzen, die ihr Leben und ihre Psyche stark beeinträchtigten. In diesen Jahren war Uschi nicht nur mit der Einsamkeit konfrontiert, sondern auch mit der Kritik der Medien und dem Druck der Öffentlichkeit. Als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wurde jedes Ereignis in ihrem Leben zum Diskussionsthema, sodass sie keinen privaten Raum mehr hatte, um ihren Schmerz zu überwinden. Außerdem erlebte Uschis Karriere auch viele Höhen und Tiefen. Trotz ihrer vielen Erfolge musste sie bei der Arbeit auch Misserfolge und Enttäuschungen ertragen. Es gibt Rollen, die den Erwartungen des Publikums nicht entsprechen, Projekte, die nicht so erfolgreich sind wie erwartet. Als Künstlerin, die sich ihrem Beruf verschrieben hat, versucht Uschi immer, qualitativ hochwertige Werke zu liefern, aber das Scheitern einiger Projekte führt dazu, dass sie sich unter Druck gesetzt und müde fühlt. In diesen Momenten musste sie sich nicht nur der Enttäuschung des Publikums stellen, sondern sich auch mit sich selbst auseinandersetzen und ihren künstlerischen Weg in Frage stellen. Die größte Trauer im Leben von Uschi Glas ist wohl der Verlust geliebter Menschen. Während der Jahre mit ihrer Familie erlebte sie viel Freude und Glück, aber es gab auch Momente, in denen sie den Tod geliebter Menschen verkraften musste. Jedes Mal, wenn sie verlor, hatte sie das Gefühl, einen Teil von sich selbst zu verlieren. Dieser Schmerz war noch größer, als sie die ewige Trennung miterleben musste, ohne die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Als jemand, der immer versucht, einen starken Auftritt zu bewahren, zeigt Uschi diesen Schmerz selten in der Öffentlichkeit, aber in ihrem Herzen werden die Wunden immer tiefer. Der Ehemann von Uschi Glas, ein Mann, der immer an ihrer Seite war und die Schwierigkeiten verstand, die sie durchmachen musste, sprach einmal über ihre Trauer. Er weiß, dass hinter ihrem Ruhm und ihrer Ausstrahlung ein Schmerz steckt, den nicht jeder versteht. Er verstand, dass Uschi nicht nur emotionale Unterstützung brauchte, sondern auch einen Begleiter, der ihn teilte und tröstete. Ihr Mann ist immer bereit, ihr zuzuhören und ein Freund zu sein, dem sie vertrauen kann. Er ist nicht nur ihr Lebenspartner, sondern auch jemand, der die verborgenen Winkel ihrer Seele versteht. Etwas, das nicht jeder sehen kann. Uschi Glas spürt seit Langem deutlich, wie sich Alter und Gesundheit auf ihr Leben auswirken. Als jemand, der früher eine gute Gesundheit und einen starken Geist hatte, begann sie mit zunehmendem Alter Veränderungen in ihrem Körper zu spüren. Sie weiß, dass dies die Zeit ist, in der sie sich besser um ihre Gesundheit kümmern muss, damit sie das Leben und die Karriere, die sie liebt, fortsetzen kann. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme wurde ihr klar, dass niemand den Auswirkungen der Zeit entgehen kann, ganz gleich, wie berühmt oder talentiert sie auch sein mag. Auch Uschi hat Geheimnisse, von denen sie nicht will, dass sie jemand erfahren. Es gab schmerzhafte Momente, Gedanken und Gefühle, die sie für sich behielt und sie mit niemandem teilen wollte. Als jemand, der immer selbstbewusst auftritt, möchte sie vor dem Publikum ein starkes und optimistisches Image bewahren. Aber hinter dieser Erscheinung verbirgt sich ein normaler Mensch mit Schmerzen und Schwäche. Sie versuchte immer, diese Geheimnisse zu verbergen und wollte nicht, dass jemand ihre schwache Seite sah. Prüfungen und Schmerzen haben dazu beigetragen, dass Uschi Glas stärker und belastbarer geworden ist. Sie versteht, dass das Leben nicht immer einfach ist. Und um Karriere zu machen und die Liebe des Publikums zu gewinnen, musste sie viel opfern. Sie versucht ständig, Schwierigkeiten zu überwinden, ein sinnvolles Leben zu führen und ihre Fans zu inspirieren. Trotz großer Schmerzen trägt Uschi immer noch Hoffnung und Optimismus in ihrem Herzen. Sie weiß, dass sie trotz der vielen Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, immer stark bleiben, weiterhin mit Leidenschaft leben und die kostbaren Momente im Leben genießen wird. In den letzten Jahren ist Uschi Glas der Wert von Gesundheit und Zeit immer bewusster geworden. Sie verbringt mehr Zeit damit, für sich selbst zu sorgen, nach natürlichen Therapien zu suchen und einen gesunden Lebensstil zu pflegen, um mit dem Alter zurechtzukommen. Jeden Morgen nimmt sich Uschi Zeit zum Spazierengehen, um frische Luft zu atmen und ruhige Momente zu genießen. Solche einfachen Aktivitäten helfen ihr, sich wohler zu fühlen, Ausgeglichenheit und Entspannung zu finden, die sie in den Höhepunktjahren ihrer Karriere selten hatte. Uschis Mann ermutigt und begleitet sie stets auf ihrem Weg zur Gesundheitsfürsorge. Er erkannte, dass Uschi nicht nur einen gesunden Körper, sondern auch einen gesunden Geist brauchte, um den Traurigkeit und Herausforderungen des Lebens gewachsen zu sein. Die beiden verbringen oft Zeit miteinander, teilen kleine Freuden und schätzen jeden Moment. Er hörte ihr immer zu, erzählte ihr die Geschichten des Tages und manchmal reichte allein seine stille Anwesenheit, um Uschi zur Ruhe zu bringen. Mit der Ermutigung von Familie und Freunden begann Uschi, sich an Wohltätigkeitsaktivitäten zu beteiligen und Menschen in schwierigen Umständen und insbesondere Frauen zu helfen, die im Leben vor Herausforderungen stehen. Sie erkannte, dass ihre traumatischen Erfahrungen eine Quelle der Ermutigung für andere sein könnten. Uschi hat keine Angst davor, persönliche Geschichten zu erzählen und anderen dabei zu helfen, Motivation zu finden, Schwierigkeiten zu überwinden. Dieser Job hat ihr neue Freude und Bedeutung gebracht und ihr das Gefühl gegeben, dass ihr Leben vollständiger ist. Trotzdem gibt es Tage, an denen Uschi sich immer noch schwer fühlt. Manchmal, in ruhigen Momenten, kommen Erinnerungen an Verlust und Schmerz hoch. Sie versteht, dass Traumata nicht so einfach verschwinden, sondern dass sie immer noch Teil ihres Lebens sind. Uschi hat jedoch gelernt, diese Erinnerungen zu akzeptieren und mit ihnen zu leben, da sie sie als Teil seiner Reise des Wachstums und der Reife betrachtet. Obwohl ihr Mann nicht immer ganz verstand, was sie durchmachte, versuchte er immer, an ihrer Seite zu sein und ihr eine Schulter zum Anlehnen zu sein. Er teilte einmal mit, dass Uschi, egal wie stark sie auch sein mag, immer noch jemanden braucht, auf den sie sich verlassen kann und dass er immer dieser Begleiter sein wird. Seine aufmunternden Worte ließen Uschi erkennen, dass sie nicht allein war, dass sie eine Familie hatte, die sie liebte und bereit war, sie auf jedem Schritt des Weges zu begleiten. Trotz ihres hohen Alters bleibt Uschi Glas ihrer Leidenschaft für die Kunst treu. Sie nahm weiterhin an Filmprojekten und Fernsehsendungen teil und legte nicht mehr Wert darauf, die Spitze zu erreichen, sondern lebte einfach mit Leidenschaft. Jede Rolle ist für sie nun eine Möglichkeit, sich auszudrücken und zu entdecken, um dem Publikum wahre Emotionen zu vermitteln. Uschi erkannte, dass Kunst nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Möglichkeit war, die Wunden in ihrem Herzen zu heilen. Trotz aller Höhen und Tiefen des Lebens bleibt Uschi Glas eine belastbare Frau, die es versteht, Freude an einfachen Dingen zu finden und jeden Moment des Lebens zu schätzen. Sie lernte, mit der Traurigkeit umzugehen, sie nicht länger zu verbergen oder zu verbergen, sondern ihr Herz zu öffnen, um sie anzunehmen. Und von da an fand sie Frieden für sich. Uschi Glas hat in der Liebe viele Emotionen erlebt, von Momenten des höchsten Glücks bis hin zum Trennungsschmerz. Als Mensch, der in der Öffentlichkeit immer strahlend und belastbar auftritt, wissen nur wenige, dass Uschi tiefe, aber auch schwere Lieben erlebt hat. Ihre Lieben, ob in ihrer Jugend oder im Erwachsenenalter, sind allesamt wertvolle Stücke, die ihr helfen, sich selbst zu entdecken und reifer zu werden. Obwohl Uschi in der Liebe Schmerz und Verlust erlebt, glaubt sie immer noch an die Liebe und möchte immer einen Partner finden, der ihn wirklich versteht und mit ihm teilt. Uschis Mann ist derzeit ihr treuester und verständnisvollster Begleiter. Er ist immer bereit, an ihrer Seite zu bleiben, sie zu unterstützen und in allen Freuden und Sorgen mit ihr zu teilen. Er ist nicht nur ihr Lebenspartner, sondern auch ihr Vertrauter. Jemand, der ihr stets bedingungsloses Vertrauen und Liebe schenkt. Für Uschi ist Liebe nicht nur Leidenschaft, sondern auch langfristige Kameradschaft und das Teilen. Sie schätzt jeden Moment mit ihrem Mann und weiß, dass er ihr in den kommenden Jahren eine unersetzliche spirituelle Stütze sein wird. Die Familie ist eine Quelle der Motivation und dort fühlt sich Uschi Glas immer am wohlsten. Als Mutter von drei Kindern versucht sie stets, ihre Kinder mit Liebe und Toleranz zu erziehen. Trotz ihrer arbeitsreichen Karriere nimmt sich Uschi immer Zeit für ihre Familie und ist ihren Kindern eine liebevolle und verständnisvolle Mutter. Meine Idee wäre, jetzt mal einzusteigen mit einer kleinen Kooperationsübung. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Wir haben nämlich eine Frage zu den Gelingensbedingungen. Welche Gelingensbedingungen gibt es eigentlich für hybriden Unterricht? Und meine Idee ist, dass ihr alle nacheinander je eine Gelingensbedingung aufzählt, nur eine, und euch nicht wiederholen dürft. Und zwar in der Reihenfolge, wie ihr eure Inputs gemacht habt. Also Volker, Tim, Anne, Volker, Tim, Anne. Mal gucken, wie viele uns einfallen. Was sind Gelingensbedingungen aus eurer Sicht für hybriden Unterricht, Volker? Okay, Kooperation der Lehrkräfte. Es muss einfach sein. Ja, das ist schwierig, weil ich hätte auch definitiv Kooperation der Lehrkräfte gesagt. Dann sage ich tatsächlich, dass es auch eine Leitung gibt, die dahinter steht und die die Türen öffnet. Und ja, da müssen etliche Türen auch geöffnet werden. Also wenn das jeder für sich alleine auf Dauer macht, das ist, glaube ich, sehr anstrengend. Darf man noch eine Runde, Volker? Ein differenzierendes Lernkonzept. Eine digital affine oder freundliche Schulleitung. Ja, das hätte ich auch. Also Kollaboration ist eigentlich das Wichtigste aus meiner Sicht, weil die Komplexität ist hoch und kann man alleine nicht so gut bewältigen. Also ich habe das auch bei meinen Studierenden erlebt, wie die angefangen haben, jetzt so zu arbeiten. Die sagen, sie können sich nicht mehr vorstellen, Unterricht alleine zu planen zum Beispiel. Aber die Lehrerausbildung ist ja immer noch darauf ausgerichtet, dass man alleine Unterricht plant, alleine Unterricht hält und auch alleine geprüft wird. Ich möchte uns jetzt auch nicht zu lange in diese Struktur zwingen und das überstrapazieren. Aber ich finde das jetzt interessant mit dem Punkt der Kooperation, Kollaboration in Bezug auf Lehrkräfte, dass du das gerade noch mal am Ende gesagt hast, Anne. Und das war ja gleichzeitig auch der Einstieg sozusagen, die Kooperation der Lehrkräfte. Wir haben jetzt einige Fragen, die sich tatsächlich darum drehen, Kooperation, Kollaboration der Lernenden in hybriden Aufgabenformaten. Also die Frage, sind hybride Aufgabenformate, so wie wir sie kennen, vielleicht Aufgabenformate, die häufig doch eher sozusagen individuelle Lernsettings sind oder sozusagen vereinzelte, könnte man vielleicht auch sagen, Lernsettings sind. Oder umgekehrt, welche kooperativen Aufgabenformen eignen sich für den hybriden Unterricht? Also ich kann ein Beispiel nennen, das war das Beispiel, was ich eben gebracht habe mit diesem Bio-Projekt. Da hat ja Nina Weigel, die das für ihre Abschlussarbeit gemacht hat, mit dem Programm PICTO-Chart gearbeitet. Das ist so ein digitales Programm, mit dem man Prozesse visualisiert.